So, es ist Freitag, der 20. Dezember. Wir sind erfolgreich in Sydney angekommen. Im Apartment, das wir per Airbnb gebucht haben von Brooke. Das Apartment ist wirklich sehr schön. Brooke hat es optimal für uns vorbereitet und ich werde jetzt gleich mal einen kleinen Rundgang hier durch das Apartment machen. Ja, so wird man schon freundlich von einem Schild empfangen. Das einem empfiehlt, Ruhe zu bewahren. Das ist auch ganz gut so. Es gibt hier einen netten kleinen Bedroom für uns mit einem Schrank, in dem wir auch ein paar eigene Fächer vorbereitet bekommen haben. Das ist super praktisch. Vielen Dank. Wir haben einen Eingangsbereich, den wir schon mal vollgemüllt haben mit unserem Gepäck hier. Und dann geht es auch schon durch ins große Koch- und Wohnzimmer. Das ist nämlich eine Einheit. Jawohl, hier wird gekopft. Sehr schick, sehr schick, sehr schick. Und wir haben einen Pferdensee, einen großen. Und Brooke scheint ein Apple-Fan zu sein. So macht es den Eindruck. Und natürlich ganz wichtig, wir haben WiFi. Das wird super mit Flatrate. Und was ich ganz klasse finde, ist der speziell und liebevoll für uns vorbereitete Empfangstisch. Also erstmal wird uns hier freundlich mit viel Süßigkeiten schon mal frohe Weihnachten gewünscht. Und ein kleiner Weihnachtsbaum ist auch dabei. Super lieb. Und dann gibt es noch was für Erwachsene, was zu trinken und ein paar Andenken zum Thema Airbnb. Aber das allergeilste finde ich ja diesen Willkommensbrief, in dem alle wichtigen Informationen sind, sehr vorbildlich. Inklusive Einkaufsmöglichkeiten und Buslinie hier in der Nähe. Natürlich das WiFi-Passwort und wie wir uns so insgesamt in der Wohnung zu verhalten haben. Das ist richtig klasse. Draußen gibt es einen kleinen Balkon, sogar mit eigenem Barbecue. Also auf deutsch ein Grill, mit Gasbefeuerung. Ja und nochmal hier die Küche von anderer Seite. Und da freuen wir uns auch riesig drüber. Eine Kaffeemaschine. Mit denen können wir uns dann selber unseren morgendlichen Kaffee Latte bzw. Flat White hier machen. Ja, so schaut das aus. Stylisch, stylisch. Und da hat sich's schon jemand bequem gemacht. Ja. Es ist übrigens sauheiß gerade hier in Sydney. Ich denke mal 32 Grad sind's locker. Wir schwitzen mächtig und freuen uns jetzt über eine kleine Abkühlung hier und werden dann unseren Mini-Camper-Van zurückgeben, der uns jetzt eine Woche lang treue Dienste geleistet hat. Ja, soweit der Status. Wir sind also jetzt in Sydney und hier werden wir über Weihnachten und Silvester bleiben. Es ist schön warm. Und ja, wir geben jetzt den Camper ab und dann sind wir erstmal autolos. Aber in Sydney ist das kein Problem, weil es hier ein gutes, lokales, öffentliches Verkehrssystem gibt. Busse in unserem Fall jetzt. Gut, dann bleibt dran und bis zum nächsten Video. Wir wünschen euch schon mal frohe Weihnachten und ich denke, ja, das neue Jahr werden wir euch dann nochmal gesondert wünschen. Ok, tschüss. Da ist noch jemand, der auch winkt. Moment, da. Jetzt nochmal. Ah ja, wie ihr seht, der Bart ist noch dran, freiwillig, aber ich glaube, ich werde mich dann jetzt doch heute noch oder morgen mal wieder frisch rasieren. Koalas haben wir ja jetzt fotografiert. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann.